Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quick-Tipp. Heute soll es darum gehen, Werkzeuge aus Formelementen abzuleiten. Was heißt das? Ich habe hier eine Bohrung mal konstruiert, hier ist eine Stufenbohrung, die besteht aus verschiedenen Durchmessern, hier sind auch so ein paar Phasen dran und im Allgemeinen wäre es jetzt ja so, ich würde jetzt hingehen, würde sagen Werkzeug erzeugen, würde hier in mein Hole-Making reingehen und dem Werkzeug sagen hier, ich möchte einen Stufenbohrer haben und müsste jetzt jede Stufe, die ich hier in der Bohrung drin habe, einzeln definieren. Das kann natürlich bei vielen Stufenbohrungen sehr langwierig sein. Dafür gibt es eine kleine Möglichkeit, dieses Werkzeug direkt aus dem Formelement abzuleiten und ich zeige Ihnen, wie das funktioniert. Zum einen brauchen wir erstmal überhaupt eine Formelement-Erkennung. Ich gehe mal hier in unseren Formelement-Navigator rein, gehe hier auf meinen Teil, sage Formelemente suchen, lasse dieses Formelement finden, das ist ein Step-3-Hole und das finde ich jetzt hier. Nun kann ich hingehen und kann ihm sagen, rechte Maustaste wieder und da gibt es hier einen Punkt Werkzeug suchen, erzeugen. Da gehe ich mal drauf und Sie sehen schon, er hat hier sämtliche Parameter, die er jetzt aus dem Formelement herausgelesen hat, hier schon abgelegt. Also die einzelnen Zylinder-Teile und die einzelnen Phasenteile. Jetzt könnte ich noch hingehen, könnte jetzt zu jedem, zu jeder Stufe zum Beispiel noch ein Aufmaß geben. Zum Beispiel könnte ich ihm jetzt hier sagen, ich möchte hier auf der Tiefe noch ein Aufmaß drauf haben, ich möchte hier den Durchmesser ein Aufmaß drauf haben. Das könnte ich jetzt für jeden einzelnen, für jede einzelne Fläche hier noch einzeln definieren. Das wollen wir jetzt mal nicht machen, sondern ich sage, ich will das Werkzeug so haben, dass ich das damit fertig bearbeiten kann auf einen Schlag und würde jetzt hingehen und sage jetzt hier, neues Werkzeug erzeugen. Das System leitet automatisch den schneidenden Teil des Werkzeuges ab mit sämtlichen Stufen, die dafür notwendig sind und ich bräuchte jetzt nur noch hier zu meinem Werkzeug einen Schaft zum Beispiel definieren. Ich sage mal, dieser Schaft soll zum Beispiel 40 im Durchmesser sein, hat keine Schaftschräge und ich sage, der hat hier eine Länge von 60 Millimetern. So, wenn ich jetzt mit OK hier rausgehe und auch hier mit OK rausgehe und gehe jetzt wieder hier in meinen Bearbeitungsnavigator, kann ich hier in der Werkzeugmaschinenansicht das Werkzeug auch wiederfinden. Hier habe ich jetzt ein ganz normales Stufenwerkzeug, mit dem ich diese Bohrung jetzt erzeugen kann. So brauche ich nicht jede Stufe einzeln definieren, sondern kann direkt über das Formelement dieses Werkzeug erzeugen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dieser kleinen netten Funktion, wie ich finde, ein wenig weiterhelfen und Ihnen die Bearbeitung von Stufenbohrung einfacher gestalten. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Quicktipp wieder dabei sind. Abonnieren Sie unseren Newsletter, einen Daumen rauf wäre nett und schauen Sie auch mal auf unserer Webseite vorbei. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Auf Wiedersehen, Ihr Jens Hegner